Wie oft habe ich zu euch wildfremden Leuten schon gesagt gehabt, fremden Frauen und Männer, dass ich euch nicht anheben werde? Wie oft habe ich es doch gesagt gehabt? Könnt ihr bitte auch für mich zu folgen auf Snapchat, mich zu abonnieren auf Snapchat zu folgen? Bitte, ihr wildfremden scheiß Männer und Frauen, bitte. Wie oft habe ich es schon gesagt gehabt, ich nehme guten Leuten an, die ich auch kenne, guten Bekanntheit, die ich auch kenne, gute Freunde an, die ich kenne. Egal, Männer und Frauen, die ich auch sehr gut kenne, die sehr gute Freunde sind, gute Bekannte sind. Die nehme ich nur noch bei Snapchat an, die nehme ich bei Snapchat an. Ansonsten, wildfremde Leute, die jetzt gerade die Anfragen gesendet haben, die nehme ich nicht an. Wie oft, noch ein letztes Mal, sollten mir irgendeiner von den wildfremden Männer und Frauen, egal was wir wollen, egal wer es ist, mir wieder hoffenweise Anfragen, Folgenanfragen oder irgendwelche Anfragen auf Snapchat schicken, irgendwelche Anfragen auf Snapchat schicken oder irgendwelche Nachrichtenanfragen auf Snapchat schicken, allgemein mich auf Snapchat wieder folgen oder Anfragen schicken, Sascha abonnieren. Dann gibt es richtige, da knallt es so richtig mit euch wildfremden Männer und Frauen. Wie gesagt, nochmal, zum letzten Mal, ich nehme nur gute, bekannte Leute, Männer und Frauen an, die ich auch sehr gut kenne, sehr gut bekannt sind, die auch sehr gut befreundet sind. Solche Männer und Freunde, die sehr gut kenne, bekannt und befreundet sind. Ansonsten, wildfremde Männer und Freunde nehme ich an. Nochmal, zum letzten Mal für euch, wildfremden Leuten, ja, danke. Ansonsten, wildfremden Leuten, ja, danke.